Atme tief ein und aus, setze und lege dich bequem hin und mit jedem Gedanken, der kommt, entspannst du dich immer mehr und mehr und du kommst in einen Zustand der Ruhe und Entspannung. Atme in deinen Rhythmus, beobachte, wie dein Brust bei Einatmen sich dehnt und bei Ausatmen runter sinkt. Atme ruhig und gleichmäßig, entspanne deinen Körper, eine Gedanke kommt und löst sich auf wie eine Wolke. Atme ein und wieder aus. Stell dir vor, über deinen Kopf bildet sich eine goldene Kugel aus reiner Liebesenergie und diese goldene Kugel sinkt jetzt in deinen Körper durch die Kopfchakra. Du liegst da oder sitzt, bist vollkommen entspannt und entspannst dich immer mehr. Und diese goldene Kugel rutschiert runter bis in dein Herzchakra und von dort aus, breitet sie ihren goldenen Licht in jeder Winkel deines Körpers. Du bist ruhig und entspannt und diese goldene Licht füllt jede kleinste Zelle deines Körpers aus und du beginnst von innen nach außen zu leuchten. Du bist jetzt die goldene Liebesenergie. Bleibe jetzt in diesem Zustand. Fühle, wie angenehm, warm in deinen Körper wird. Du atmest ruhig und gleichmäßig und entspannt dich immer noch mehr. Und diese goldene Licht bildet in deinem Herzen einen Raum. Und du gehst rein in diesen Raum und schaust dich um.